Rote Rosen Vorschau Folge 3992 Julius bemerkt, dass Amelie Gunther gegenüber schlechter Bein redet und will es nicht auf sich beruhen lassen. Er erfährt, dass Amelie einen Hacker angeheuert hat, konnte es aber nicht beweisen. Also greift Julius zu härteren Maßnahmen. Drohe Amelie, Jorik von ihrem Plan zu erzählen. Als Valerie versucht, Liebhaber für ihre ältere Patientin zu finden, versucht sie geschickt. Klaas in die Suche einzubeziehen, um alle romantischen Momente für sich zu nutzen. Tina ist fassungslos, aber Ben beschuldigt sie, versucht zu haben, Luis zu entführen. Er will seinen Sohn nicht mehr mit ihr allein lassen. Er engagiert lieber Simon als Babysitter, gibt aber vor, sich selbst darum gekümmert zu haben. Tina bleibt nichts anderes übrig, als einen Anwalt zu beauftragen. Auch Star-Koch Johann Raffer möchte ihm Kallas speisen. Kara fühlt sich gestresst. Welche Art von Menü soll sie für ihn zubereiten? Sie nutzt ihre Erfahrung als Foodtruck-Lieferant. Er ist begeistert. Als sie hört, dass der Fischladen zum Verkauf steht, fällt ihr etwas ein, um ihm einen Hamburger anzubieten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 – untere contratschen, indem es Fisch idiotierten aus den iTunes.